Servus YouTube! Herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich weiß, es war jetzt eine längere Pause, aber dafür gibt es heute wirklich was ganz Besonderes. Ich habe wirklich ein Highlight mitgebracht heute für euch. Ihr seht es, es geht um die Weltmeisterschaft 1966. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei dem Spender, der mir das zur Verfügung gestellt hat. Und los geht's! Ihr seht schon, am Anfang des Hefzes diese Art, das Heft aufzubauen, war eine ganz andere, als wie wir sie heute kennen. Und nicht nur das 1966, natürlich war es eine andere Zeit, aber es geht mir vor allem auch um das Wie. Und wenn ich den Öffnungstext hier lese, den zitiere ich mal ganz kurz. In dem Bestreben der großen Familie der Fußballfreunde im Weltmeisterschaftsjahr 1966 einen aktuellen Dienst zu erweisen, wurde dieses Album herausgegeben. Also man hört, es war eine andere Zeit. Und ich finde es beeindruckend, wie schön die deutsche Sprache doch sein kann. Ihr seht es, Aral Aktiengesellschaft ist der Herausgeber. Ich will jetzt keine Werbung, keine Schleichwerbung machen. Das muss man einfach so hinnehmen. Und das Vorwort ist von dem berühmten Sepp Herberger. Und ihr kennt ihn hoffentlich alle. Der Vater des Erfolgs vom Wunder von Bern 1954. Und wenn er uns hier diese Einleitung rüberbringt, dann muss das was Besonderes sein. Und ja, die WM 1966, eine ganz besondere WM in England. Wembley-Tor, das sollte dem einen oder anderen, zumindest Fußballinteressierten, schon mal über den Weg gelaufen sein. Oder auch einem Nicht-Fußballinteressierten. Weil das Wembley-Tor ist, glaube ich, ohne zu übertreiben, das berühmteste Tor der Fußballgeschichte. Aber dazu natürlich später mehr. Am Anfang ein paar Vorworte, wie die Qualifikation lief, dass die gar nicht so locker easy war, wie heutzutage. Dass da auch knifflige Geschichten bei waren. Aber damit möchte ich euch jetzt nicht, ich sage, Nerven ist so negativ, aber damit möchte ich euch jetzt nicht belehren. Sondern ich will viel mehr auf natürlich einige Bilder eingehen. Uwe Seeler, die Legende vom HSV schlechthin, die werden wir später auch nochmal sehen. Und die Brasilianer, 1958. Also ihr merkt es, am Anfang des Heftes geht es doch so ein bisschen um die Zeit vor 1966, um die vorherigen Weltmeisterschaften. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Aber auf so ein paar markante Bilder, natürlich. Pelé. Das ist der junge Pelé. Ich glaube, der beste Fußballer aller Zeiten. Auch wieder ohne zu übertreiben. Und das waren seine Anfänger. Ich meine, er war 1966, war schon lange dabei. Aber dass er hier in dem Heft nochmal aufgenommen wird, finde ich eine tolle Sache. Unvergessen. Das 3-2 von Bern. Und ich möchte jetzt auch nicht zu viel Wunder von Bern erzählen. Vielleicht gibt es dazu ja irgendwann nochmal ein Video von mir. Aber eins, auf eine Sache möchte ich kurz eingehen. Höchst interessant. Hier steht was zum Spielbericht und zu den damaligen Spielern. Und auch, was aus den Spielern, also aus den Teilnehmern des WM-Endspiels von 1954 geworden ist. Und da fange ich einfach mal an. Toni Turek, der Torhüter, der hat nach seiner aktiven Karriere bei der Rheinischen Bahngesellschaft angefangen und wurde Abteilungsleiter. Also, eine ganz, ich sag jetzt mal stinknormale Karriere nach der Karriere hat er angefangen. Und hier der Rechtsvater, Jupp Pussipal. Der war Vertreter einer Teppich- und Möbelindustrie nach seiner Fußballkarriere. Das ist heutzutage unvorstellbar. Heute haben die ausgesorgt, feiern ihr Leben und was weiß ich. Und die damaligen Spieler, die haben einfach nochmal sich ein neues Standbein wirklich aufbauen müssen. Werner Kuhlmeier zum Beispiel, Inhaber einer Lotto-Annahmestelle. Wahnsinn. Hier, Horst Eckel. Ich meine, Horst Eckel, der lebt sogar noch. Ich glaube, der lebt wirklich noch von 1954, ein Weltmeister. Falls ich mich da täusche, gerne in die Kommentare. Mitarbeiter in der Rechnungsstelle, in der Eisen- und Stahlwerksbetrieb. Also, unglaublich. Fritz Walter, der wohl berühmteste Spieler aus der Zeit. Der war immerhin Kinobesitzer später und Repräsentant einer, hier steht Weltfirma der Rundfunk- und Fernsehgeräte. Keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Aber ihr merkt, das war eine ganz andere Zeit. So, nochmal das Bild der Weltmeister von... 1954. Sepp Herberger, eingangs angesprochen. Und jetzt kommen wir zu den Sammelbehörden. Jetzt kommen wir zur WM 1966. Anders als bei den sonstigen Videos werden hier nahezu ausschließlich die deutschen Fußballer vorgestellt. Und beginnen möchte ich beim Trainer Helmut Schön, der ja wirklich erfolgreich war. Auch bei der WM 1966, dazu später mehr. Die Spieler, Hans Tilkowski, ich würde sagen, eine Dortmunder Legende. Eine absolute Legende. Vor allem die eingefleischten Dortmund-Fans werden das natürlich wissen. Die Neueren, mhm, mhm. Wäre schön, wenn sie es wüssten. Was da wirklich für eine Legende damals auf dem Platz stand. Ihr seht, ganz alt. Von 1966 die Bilder. Aber einer doch guten Qualität. Aber natürlich einer ganz anderen Machart. Und diese Dimension, ganz anders als heutzutage. Günter Bernhard, Manfred Manglitz, Karl-Heinz Schnellinger, AC Milano, also AC Mailand, international hat er gespielt. Max Lorenz von Werder Bremen. Günter Bernhard, auch von Werder Bremen. Ihr werdet es merken, einige Spieler von Werder Bremen. Das war so der Hauptverein, sage ich mal, zu dieser Zeit. Josef Piontek von Werder Bremen. Horst Dieter Höttges. Auch Bremen. Willi Schulz. Und ihr seht es an den Jahrgängen. 43, 40, 38. Die waren, ja, klar, auf den Zenit ihrer Karriere bei der WM. So muss es doch sein. Wolfgang Weber, auch ein bekannter Name. Klaus Dieter Silow. Franz Beckenbauer, der Kaiser. Mit 21 Jahren. Und ich übertreibe auch nicht, wenn ich sage, dass er bei der WM 66 sein, Durchbruch, vor allem seinen internationalen Durchbruch hatte. Als Abwehrspieler, beziehungsweise Sechser, wobei es die Position 6 ja gar nicht in der damaligen Zeit gab, hat er vier Buden gemacht bei der WM 66. Beeindruckend. Rudi Brunnemeyer. Siegfried Held. Sigi Held. Auch eine Dortmunder Legende. Wahnsinn. Richtiges Actionbild hier. Lothar Ulsers, Eintracht Braunschweig, Friedhelm Konietzka, TSV 68 München, Uwe Seeler. Ich erwähnte ihn bereits. Die HSV-Legende. Die HSV-Legende schlechthin. Richtig kerniger Typ. Kopfballstark. Ein Vollblutstürmer. Also, boah. Da gerate ich richtig ins Schwärm. Und Reinhard die Buda. Da geraten wahrscheinlich gerade die Schalke-Fans richtig ans Schwärm. Also, der wird teilweise heute noch vergöttert von den Schalke-Fans. Also, auch eine absolute Legende. Hier sind absolute Vereinslegenden. Ich glaube, nach den beiden ist im jeweiligen Verein keine größere Legende dazugekommen. Ich bin jetzt kein Fan der jeweiligen Mannschaft. Von daher weiß ich es nicht ganz genau. Aber das würde ich doch wetten. Und wenn ich mich irre, dann könnt ihr mich gerne in den Kommentaren belehren. Und mit diesen Legenden möchte ich das heutige Video auch abschließen. Ich möchte nicht zu viel verraten. Aber der zweite Teil, der wird mindestens noch mal genauso interessant. Den wusstet ihr, dass bei der WM 1966 das Los auch noch eine entscheidende Rolle hätte spielen können. Das und noch viele weitere interessante Fakten erfahrt ihr im zweiten Teil des wirklich besonderen Hefts zur Weltmeisterschaft 1966 in England. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und würde mich freuen, wenn ihr meinen Videos einen Daumen nach oben gebt. Mich weiterempfehlt. Damit ich weiter so ein Content liefern kann. Weil ich glaube, das kann wirklich nicht jeder. Ich freue mich auf euch. Macht's gut. Ciao, ciao.